Können Sie das Problem beschreiben? Wann bekomme ich mein Geld zurück? Wie wäre es mit diesem Smartphone? Bekomme ich mein Geld zurück? Es tut uns leid, dass die SIM-Karte beschädigt war. Leider können Sie Ihr Geld nicht zurückbekommen. Ja, es tut uns sehr leid. Es tut uns echt leid. Sie können den Reiseadapter umtauschen. Ich weiß nicht, warum ich mein Geld nicht zurückbekomme. Wäre S Dieser SIM-Karte Sie Sie können Geld zurückbekommen Wer ist mit SIM-Karte Hast du wirklich keine Unterwäsche eingepackt? Ich bin sch dem Es. Einen. Elektroladen. Flughafen. Hast du das Ladegeräut für meine Kopfhörer eingepackt? Meinem. Meinem. Der Laptop. Mein Laptop ist leer. Der Elektroladen. Stadtzentrum. Teuer. Ich bin nicht sicher. Wo? Sicher. Mir sicher. Nicht sicher. Wo ist. Du hast das Ladegeräut für meine Kopfhörer eingepackt? Hast du wirklich keine Unterwäsche eingepackt? Ich bin nicht sicher. Musik Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Du hast das Ladegeräut für meine Kopfhörer eingepackt. Warum lädst du dein Smartphone jetzt nicht auf? Ich erklären. Wissen Sie, wann ich mein Geld zurückbekomme? 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 Das blöde Ladegerät ist kaputt. Wissen Sie, wann ich mein Geld zurückbekomme? 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 Wissen Sie, wann ich mein Geld zurückbekomme Zutatenồngsen kann? Wissen Sie, wann ich mich zurückbekomme? Wissen Sie, wann ich cái Geld zurückbekomme? Vielen Dank. Ich nehme dich und deine Freunde zur Party mit. Wissen Sie, wann ich mein Geld zurückbekomme? 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 Hast du wirklich keine Unterwäsche eingepackt? Wissen Sie, wann ich mein Geld zurückbekomme? Ich gebe den Akku morgen zurück. Den Akku morgen zurück. Wissen Sie, wann ich mein Geld zurückbekomme? Wissen Sie, wann ich mein Geld zurückbekomme? Wissen Sie, wann ich mein Geld zurückbekomme? Untertitelung des ZDF, 2020 Welche Käsesorte isst du gern? Käsesorte I, du, gern Wer isst attraktiver, Snoopy oder Yoda? S, oder, Yoda Sind Wälder besser als Geld deiner Meinung nach? Geld Fährt das junge Kind Auto auf dem Parkplatz? Fährt das junge Kind Auto auf dem Parkplatz? Parkplatz Mein Mann liest Krimis, wenn er gestresst ist. Bergsteigen in den Alpen ist am besten. Meine Freunde wollen immer über Politik diskutieren. Denkst du, dass ich Angst vor Fallschirmspringen habe? Meiner Meinung nach sind die Wälder sehr wichtig. Ich denke, dass Fallschirmspringen Spaß macht. Fallschirmspringen Bist du dir sicher, dass der Bus vor dem Haus hält? Hält Gibt es einen Elektroladen im Flughafen? Schremspringen Untertitelung des ZDF, 2020 Wie viel kostet diese SIM-Karte? Wie viel kostet diese SIM-Karte? Ich mich beschweren Ich will dir meinen Bruder vorstellen. Ich will dir meinen Bruder vorstellen. Können zurückbekommen Meine Meinung zum Thema Wetter ist kompliziert. Wie viel kostet diese SIM-Karte? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ob das ist Gibt es einen Elektroladen im Flughafen? Gibt es einen Elektroladen im Flughafen? Welche Eissorte? Du Ich finde, Autofahren macht Spaß Kakao Kein Kakao Das ist mein neues Kaninchen Das ist meine kleine Schwester Mia Findest Findest du das Fallschirmspringen? Musst du einen neuen Akku kaufen? Können Sie mir sagen, was der Preis ist? Das ist mein neues Kaninchen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Willst du das Pferd im Stall füttern? Willst du das Pferd im Stall füttern? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ist das runde Ladegerät da drüben teuer? 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oma, ich habe einen neuen Stuhl für unser Wohnzimmer gefunden! Was für ein Ungeheuer! Ich hoffe, du hast nicht zu viel Geld ausgegeben. Nein, er war kostenlos. Ich habe ihn vor dem blauen Haus gefunden. Ich glaube, die Frau, die in dem Haus wohnte, lebt nicht mehr. Aber wir haben einen kostenlosen Stuhl. Der bleibt aber nicht im Wohnzimmer, oder? Ich dachte schon, dass du ihn hassen wirst. Er passt nicht zu unseren Vorhängen. Aber wir könnten neue Vorhänge kaufen. Ich finde unsere Vorhänge schön. Aber wenn wir neue Vorhänge kaufen, brauchen wir auch ein neues Sofa. Ich mag unser altes Sofa. Und die Lampen. Wir brauchen auch neue Lampen. Unser Wohnzimmer wird... Wunderschön aussehen! Ich finde unser Wohnzimmer wunderschön. So wie es ist. Schade, denn ich werde alles ändern. Ich freue mich schon auf unser neues Wohnzimmer. Aber das wird teuer, Oma. Ach ja? Unser Stuhl war kostenlos. Erinnerst du dich? Stuhl. Kostenlos. Neu. Stuhl. Meine Freundin nimmt uns im Auto mit. Meine Freundin nimmt uns im Auto mit. Wirklich. 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 Ohren. Sind deine Freunde sympathisch oder gemein? Wirklich. Der arme Hund regt sich über das Gewitter auf. Wo ist dein kleines Pferd? Wo ist dein kleines Pferd? Anna muss sich über alles aufregen. Sich. Aufregen. Morgen. Morgen. Moritz ist genauso begabt wie ich. var China Oben Schiff Physik Faul Koch Denke Das Pflanzen Kannst du mir deine Eltern vorstellen? D Dein Da Drum Ganz D Das A Sammelt Ich bin dafür, dass wir Urlaub machen. Wir hoffen, auf ein Fest zu gehen. Malta ist eine Insel. Vergiss nicht, viele Fotos zu machen. Es macht Spaß, Fußball am Strand zu spielen. Nimm die Sonnencreme zum Strand mit. Karneval und Mardi Gras sind sehr ähnlich. Sehe ich aus wie eine echte Ente? Anna hat sich als Piratin verkleidet. Manche Kostüme sind echt lustig. Der Karnevalsumzug endet vor dem Rathaus. Die Kinder haben Kostüme getragen. Die Insel Insel Welche Länder sind Inseln? Geht, wir wollen mit einem Boot um die Inseln herum fahren. Wir wollen mit einem Boot um die Inseln herum fahren. Genau. Ich plane, Urlaub zu machen. Ich plane, eigentlich nichts zu machen. Ich plane, eigentlich nichts zu machen. Die Kinder hoffen, Eis zu essen. Was sollten wir in Zypern? Malta und Zypern sind Inseln. Inseln. Ich hoffe, jeden Tag zu schwimmen. Deine Giraffe lacht sehr laut. Deine Giraffe lacht sehr laut. Was machst du mit deinen Haustieren? Leider können wir mit unseren Haustieren nicht reisen. Wir mit unseren Haustieren nicht reisen. Leider können wir mit unseren Haustieren nicht reisen. Ich bin dafür, dass wir Urlaub machen. Dafür. Wir planen, nach Neuseeland zu reisen. Tom hofft, in einem Restaurant zu essen. Tom hofft, in einem Restaurant zu essen. Motiviert. Motiviert. Untertitelung des ZDF, 2020